Die Naturschutzstiftung Landkreis Oldenburg besteht 25 Jahre. Das Jubiläum feiert sie mit 25 Aktionen. Am Mittwochnachmittag verlieh die Stiftung im Kreis Haus Wildeshausen den Umweltschutzpreis 2017. Ausgezeichnet wurden insgesamt sechs Gruppen und Personen. Die Preise zwischen 150 und 1100 Euro gingen an die 21 Hautflüglaberater des Landkreises Oldenburg, an Jörg Kramer und Karl-Wilhelm Jakobi für die naturnahe Gestaltung einer alten Brachfläche und die Anpflanzung von Obstbäumen, an Gerhard Frensel und Carsten Sauerwein für ihr ehrenamtliches Engagement als Wolfsberater, an Inge und Georg Bimmerstede für die Förderung von Mehlschweibennestern in ihrem Wohnhaus, an Heiko Pape für das Projekt Lernort Natur des Deutschen Jagdverbandes im Landkreis Oldenburg, sowie an Reimer Grape und Heiner Töhle für die Anlage von Streuobstwiesen. Untertitelung des ZDF, 2020